einen wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge feed the beast infinity evolved und wir sind heute zu dritt der dosh ist da hallo und alex diamond ist noch auf dem server aber nicht im teamspeak der wollte einfach nur an seiner boot oder weiter bauen und natürlich auch der papa de grau ja dankeschön ja bitte du musst dich dran gewöhnen ja glaube ich auch bald kommt da so ein kleines bisschen unter dem rein und sagt papa papa weißt dich schon drauf ne ja aber bis das papa sagt dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen komm gib mir ein megafon um die kleine kann sprechen ja genau natürlich ein bisschen männlicher klingen und zwar wie ich aber das ist was anderes ja klar was mache ich jetzt gerade für scheiße Prozent Reaktor ja ich habe noch ein bisschen am Reaktor weiter genau ich auch aber nur Kosmetik dieser Nachbarn hehehe die immer schlafen bitte ich will ja noch und zwar mit mir ja hier im Chat sind mir gehört bei mir die wundervollen Versuche mit dem Jetpack ja bei mir hat man es eben auch gesehen ich habe mal das Chat angezogen vom äh Dosch und war ziemlich weit oben hab dann einfach mal fallen lassen über Wasser User is about to die Activating Hover Mode im Tier 5 hat man dann einen Hover Mode saugeil das Ding ist echt so genial so ich mach bei mir noch eine kleine Kontrolle ein und zwar sagen wir Input Toggle Reaktor On Off Set From Signal Commit und dann hier äh Moment aber dann muss man das NRI ausmachen das stört grad was Output Energy Amount Geh doch mal weg Ruhe Mach mal 80 weg danke Active While Below so kurze Erklärung sollte der Reaktor unter 80% Energie fallen also RF wird der eingeschaltet alles was darüber ist ist Reaktor aus ja schick ja so ist also eine ziemlich gute Aufbewahrung würde ich sagen ja so ich mach aber grad noch ein paar Graphic Blöcke einfach um die Kühlung voranzutreiben weil was ich schon wieder für den Schwachsinn gelabert habe ich würde lieber Wasser kühlen ich weiß auch nicht was mit mir abgeht heute ja ich bin hier immer noch weiter am bauen hier soll vielleicht noch so ein kleiner Maschinenpark hin 1 2 3 bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher ok ich brauch noch 7 Blöcke und der ist fertig ich kann aber so Erde hab ich hier wie soll das frei ich fülle mir das hier mit Erde auf ich bin hier stark ich bin hier ich hab ja Hé8 3 auf mein Schuh oh Alter ja das geht ganz schön ab ja ja das leuchtende also deine was also deine was Mika ja genau weil wir auch Mechanismen haben natürlich Prozent ich hab Prozent von Kraft um ja ja also du hast die Mika von Koffer Mika von Koffer die Mika Stinkers wird von Koffer Verzauerte okay ich würde sagen activate reaktor okay bin ich bei bisher fern hoch 3,37 kilo rf bei 0,5 mb ja der muss erstmal hochfahren ich habe 1,15 kilo rf bei 0,146 mb du hast mit redstone oder? ja ich habe mit redstone ich habe vier reaktor control rods direkt nebeneinander also der ist innen 4x4 also insgesamt 6x6 läuft schön mit redstone ich wollte noch eine neue capacitor bank machen und komm weil wir hier zu viel schon vergeudet haben können wir nochmal eine wahl für ein capacitor bank also dann wird der der wahl mobile die die welt zugrunde also muss der man gönnt sich sonst nichts am leben ja klar weißt du sagt der typ der sich gerade über keine ahnung wie viele folgen jetpack gecraftet hat ja genau so okay 1,2,3,4 5,6 5,6 5,6 ich brauche 6 weg weg ähm ich weiß nicht ob das noch weg muss könnte na komm so komm ja doch hier muss ich hier muss ich auf jeden fall noch ein bisschen weg machen ich muss ja auch dringend weil der neue maus kauft meine ist mittlerweile so hierüber habe ich schon gefühl ja ja manchmal erkennt ich keine doppelklicks oder überhaupt einen klick okay das ist doof ja komm komm kauf wo setz ich nun dich hin da hast du viel platz klaus ja hier kann ich mir neue blowstock von dir leihen ja klar ich gehe auch nach der aufnahme noch etwas fahren beziehungsweise morgen so passt schon, passt schon mach dir keinen kopf so tschüssel bei dem lager ja ja da hat man es gerade gesehen user support und daher aktivieren aber okay was haben wir hier für einen platz 1 ich habe nur 10 genommen das reicht jetzt auch jetzt mal kriegst du von mir auch dann mal wieder ja hier macht ihr keinen kopf drum nein ich schaue jetzt lieber nicht mal beim lieben lex vorbei wer weiß dass er gerade so genau okay auch noch ein haus hast du es bei mir und so die taschen voll kann man ja gar nicht von dir ja ich nicht er und die lone das heißt so gesagt das kann man gar nicht von dir ja also dieser typ bei dem ist er noch mal der muss ich doppelt und dreifach festen als wir das hier noch ab draconic flux kapisse alter ja ja ich sehe ich habe gerade aussehen auf dem rezept von draconic evolution geklickt wieso wieso schaue ich mir das rezept überhaupt an weiß ich nicht ich auch nicht passiert vielleicht ne passiert vielleicht ne ja ja nein na lass die wieder weg ja da verdammt ja davon brauche ich vier ja 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 ich würde hoffen dass das rennen und kleines verkauf war das was mein rechner gehören ganz kurz was was ja mein neues jetpack ist auch wirklich viel wert ja ich glaube man kann dann kommst du meinst nicht dran ne das definitiv nicht ich bin ja erst tier 2 ja tier 5 ja ich weiß. ja ich weiß. ja ich weiß. hallo's flight and can charge items. alter ist geil das. deswegen ist doch meine dark sea pickings aufgeladen. das jetbag ist gleichzeitig auch noch hier so ein kipper sitter. ja cool. ich mein hab ich natürlich gewusst ich bin ja ein profi. ja. und ja ich hab mir noch selbst noch reden zu. so. gut also generell wenn der kippe setter die kippe setter bank fertig ist machen wir wieder was weiter mit frank. ja genau blood magic meinst du glaub ich ne. nein nein ich spreche von frankfurt also das wort hier. jetzt im ernst du glaubst du nicht meinst du. oh. pippio. tschüss. ich rede von frankfurt ich mein muss auf dem loot opfern und so weiter. ach so ja ja genau. deswegen heißt es ja auch. ja gut. ich muss schon wieder aufhören. ich kann schon wieder selbstreden zuhören. so hier haben wir den Reaktor. Hier wird Reaktor Controlling und ich würde sagen, dann gehen wir hier weiter. Ah, ich brauche noch eins, schade. Ja. Und hier kommt der Eingang. Der Eingang? Der Eingang! Der Eingang. Ja, der muss dann. Hat man eigentlich schon mal gesagt, wie wir unsere Plane sind bezüglich des Endgames von diesem Projekt? Ne. Müssen wir ja jetzt auch nicht. Dauert ja noch ein bisschen, hoffentlich. Ich könnte mal wieder was essen. Guck mal, ein Apfel. Wie, da braucht noch was? Ich wollte eigentlich nächste Woche schon fertig sein. Ja, mach ruhig. Ich mache ein bisschen länger. Ja, ja. Hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Echt jetzt? Ich brauche dann noch vier Electrical Steel. Ja, ich dachte, Glowstorm. Nee, aber von dem Glowstorm, was ich mir geliehen habe, sind nur noch sechs Weaver. Echt jetzt? Ja. Ja, ich gehe jetzt echt, wenn die Aufnahme-Session vorbei ist, gehe ich mal wieder aufs Glowstorm-Farm. Ja, passt schon. Passt schon. Kannst dich dafür auch bei mir an Level bedienen oder sowas? Ja, mache ich eh. Und Emeralds und so, ne? Mhm. Ich glaube, ich werde seltener momentan als Glowstorm. Ja. Ja, wann die spawnen das Zeug hier? Hm? Ja, hier die Leafs, die mal abbauen. Ach so, die Vanity Kane? Ja. Ja, das sah schon mal gut aus. Äh, da ist noch einer. Ach, musst du tun, die ist der Graviansky 2 draußen ist? Von ewig raus. Das habe ich schon noch nie gesehen, richtig. Ja. Vibrant Capac... Und, äh... Joa, die hat schon mal was Output. Also, die Vibrant Capacitor Bank hat ein Max Output von 25.000F. Ja. Hätte ich dir sagen können. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Weißt du was? Ich habe noch sechs Closed-Torn, das, ne? Ja. Ich glaube, ich würde jetzt sogar wirklich noch raus. Dann mache ich mir nochmal die dickeren Energy-Kabel schon mal. Äh, den hier noch. So, ja, gut. Äh, da oben muss man gucken, wie ich das dann noch ein bisschen... Ja, komm dann. Eins, zwei. Ja. Brauchst du nochmal ne Capacitor Bank, oder? Ich nehm die gern. Also ne Basic Capacitor Bank steht bei mir noch zur Verfügung. Okay. Energetic Alloy. Closed hast du los, Tom? Aha. Aber gut. Ja, ich brauche jetzt aber auch kurz keins. Merk dir die Worte nicht. Ich kann mir jetzt gleich jeden Moment die Kabel an und dann werde ich pro Klaus von brauchen. Höhöhöhöhöhö. So. Noch weg. Genau. Ah, ich habe doch hier... Mensch. Ähm. ja moment moment warte gott sei dank ich brauche kein groß und ich hab noch welche übrig wirklich bis auf den letzten blog noch eingang ist ja eigentlich verkehrt so was doch das sieht eigentlich ganz gut aus und nehmen die normal und machen da hinten dann noch mal die umrandung was macht denn hier warte informatik englisch jawohl jetzt kommt da mal was output rein jawohl also das wird jetzt aufgeladen 20 millionen drin 20,4567 jawohl da kann man hier ein paar maschinen aufbauen das sieht ganz ganz nice aus dann ja da wurde dann noch weiter vor sich in der reaktor gut damit sagen noch mal weiter blut magie erschiebt man das kann ich dann noch machen komplexe kürze als ich liebe achievements ja ich lebe mich da jetzt mal so ein bisschen weiter dran die warte ich wollte die blutung zu machen augmented capacity war für den altar an sich ne ja das ist die kapazität erhöhste die kapazität blutung rein kann okay dislocation was ist das dislocation habe ich jetzt nicht ich mache erstmal augmented capacity da wollte ich erst mal ich mache da mal acht von einmal ich kann es auch wirklich um das zweite tier hier da waren erst mal über am anfang die normalen blatt für uns gefordert ne ja da kann ich jetzt auch die speziellen runde einbauen oder ja ganz so gut dann machen wir das mal ich habe mir auch hier unten mal ja ich muss ja dringend mal irgendwie was aufbauen dass ich dann nicht an und durchfalle hier habe ich mir jetzt aber so einen kleinen raum gemacht wo ich hier alles mal ein tue ich muss auch mal den spawner bei den villagers abgeräten dass das mal klappt okay aber jetzt habe ich das zu wenig ich bin schon wieder untergefallen eine minute werden alle herumliegenden items gelöscht das funktioniert bisher richtig super habe ich gehört ja ja also auch schon mitbekommen ein bisschen ja okay eine im beurte 2 1 1 wie vieles machen ach du scheiße ich muss mal will ich ja noch hören ich muss mal wieder nach wie sich das anhört geil ja ich bin so ein bisschen auto gut gerannt gerade das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus hier einmal will ich danach tanken bitte einmal will ich auch wo dann bitte aber da kommt schon der erste und stehn kumpel wiffi wiffi wollt schon ja okay lass ich mal gelten da kommen die nächsten alle herumliegenden items wurden gelöscht hallo villager geopfert 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 ich glaube hier machen wir dann irgendwie eine abschirmung rein ich glaube ich muss doch noch bei den letzten drei punkten da ähm die konverables setzen warum weil die da sich gerade auch stapeln und da stehen bleiben ja bisschen doof ja 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 voll gerade schon wieder hinter sich wahnsinn sehr schön hier kommt gerade noch etwas wirst die vorbeigelaufen Prozent Prozent wir gehen jetzt mal aus der er du kannst diese Wörter oder er hat er nicht ich bin schon cool hier hier wird ja wenn die Verwenden hat gescheitert ja auch so stimmt ich habe ja angefangen wird ja du hast angefangen er wurde meistens so wie du tschüss also jetzt wird es schon beendet ne also ähm vielen Dank fürs Zusehen wir würden dann sagen gehabt euch wohl haut da rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal tschüss tschüss